Musik Musik Das Besondere an den Glötscher Höfen ist die Vielzahl der Fledermausquartiere, die wir hier auf engem Raum haben. In diesen Gebäuden leben insgesamt mehrere tausend Abendsegler, die hier sowohl im Sommer ihre Jungen aufziehen, als auch im Winter den Winterschlaf verbringen. Musik Die Modernisierung der Glötscher Höfe ist eine Aufwärtsgeschichte. Wir haben Vollvermietung, wir haben nachhaltig gute Wohnbedingungen für unsere Mieter geschaffen und auch die Besiedlung der Fledermausquartiere ist so gut, dass wir sagen, erfolgreich die Arbeit gestaltet zu haben. Musik 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 Musik